Im Rahmen der Ausstellung Handwerk tradiertes Können in der digitalen Welt wurde der Prototyp einer Smartwatch-App entwickelt, der sich mit der Frage, was ist mein Handwerk an Schülerinnen und Schüler in der Berufsorientierungsphase richtet. Tägliche Herausforderung mit dem Kunden. In der Handwerkausstellung gibt es zwölf Stationen, an denen Jugendliche multimediale Informationen zu Berufen, Materialien, Techniken und Herstellungsprozessen erhalten. Die Smartwatch-App entstand aus dem Forschungsprojekt Personal Curator, das gemeinsam mit FluxGuide und der Angewandten die Einsatzmöglichkeiten von Variables für die Bereicherung individueller Museumserfahrungen untersucht. ... ... ... ...